Raphael. Schön, dass du kommen konntest. Die vierte Zelle ist für dich. Ist das ein Grobian? Lirate war ein schlechter Lehrmeister. Raphael! Konzentrier dich auf mich! Drei, nein, vier Schildköten und eine kämpft gegen den Roboter-Samurai. Wieso nicht? Donnie! Donnie! Was soll ich machen? Adrenalin. Was? Adrenalin. Adrenalin. Okay. Okay. Shhh. Adrenalin. Huh? Wer wird ihn umbringen? Mach schon, mach schon. Was? Es funktioniert. Es funktioniert. Wir gehen wohl besser zur Seite. Oh, wow. Mein Akku ist voll aufgeladen. Ich hab' nichts aufgeladen. Ich hab' nichts aufgeladen. Ich hab' nichts aufgeladen. Wer will das Dojo putzen? Nee, ich putz' das Dojo. Ich kann' nicht aufhören. Ich hab' nichts aufgeladen. Wir müssen Raffi helfen. Raffi! Raffi! Oh! Oh! Alles okay? Raffi! Hey Raffi! Hey Raffi! Hey Raffi! Los! Und wohin? Sektor! New York! Times Square! Shredder will ein Toxin freisetzen! Und das wird die ganze Stadt vergiften! Und Sex will dann das Gegengift verkaufen! Die Mutter gehen in unseren Blut! Deshalb müssen wir jetzt echt los! Gut! Tun wir's für den Sensei! Okay! Abmarsch! Jetzt bleibt mal alle ganz ruhig! Seht ihr wie ruhig ich bin?!